so ich reagiere jetzt auf keine macht von dead rapper society und ja also was youtube kanal angeht ich glaube nicht dass die das sind ich glaube es tatsächlich nicht schauen wir mal weiter runter ganz ehrlich ich habe keine ahnung ok dann reakten wir einfach mal das ist kein typischer rap beat es ist einfach genau wie beim letzten es oder beim vorletzten ja beim vorletzten wie beim vorletzten der beat passt überhaupt nicht zum song als beziehungsweise zum zum genre vergangenheit ist vergangen die zukunft ausgelöscht die gegenwart im schlimmstand der wille was ausgeschöpft rebellion wird schon im kopf verhindert das leben ist gefährlich fühlen uns trotzdem sichern bilder vom bilder decken uns ab und manipulieren wissen es macht hier what the fuck der ändert immer genau die musikrichtung erinnert das die ganze zeit und wie man scheitern kann und wie man scheitern kann wie dir selbst zu wie du stirbst denn du hast keine macht schon wieder ein neuer beat und ich bin gerade ein bisschen verwirrt von dem song alles ist verloren hier es gibt keinen eisbrecher das schiff geht unter und es läuft die zeit schneller jeder für sich keiner für alle alle für keinen die zeit ist kraft ergreifen die waffen schuss für schuss erlösung der seelen schuss für schuss wir entblößen den planeten und wenn alle wieder das ende gesehen haben merken sie dass sie von uns die hälfte verfehlt haben ja was die reihenketten angeht finde ich ihnen sogar gut Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Naja, großartig finde ich es nicht Ich finde, Sangle Rap, es passt halt überhaupt nicht zum Beat, muss ich sagen Ja, beim letzten bei dem das war, da stand ich Da war ich wirklich zwischen gar nicht so ein Dislike In dem Fall gebe ich halt einfach ein Dislike Also ich meine, ich will sowas nicht Ganz ehrlich, es passt halt einfach nicht Tut mir leid Ja, tschüss